Was ist denn bei den Preußen? Was ist denn bei den Preußen? Die sind wie ein Storch. Ja, ich bin ja selbst Preuß. Ja, ich sag das ja, wie ein Storch. Eine große Goschen, ein Drang nach Süden und nichts im Hirn. Bayern und Bier gehören untrennbar zusammen. Auch wenn Bier bereits 5000 vor Christus an jeder Ecke gebraut wurde. Im Mittelalter war Bier plötzlich sehr angesagt. Mönche haben den Geschmack vor fast 500 Jahren in einem langen Prozess perfektioniert. Dieser Tradition bin ich jetzt auf der Spur und fahre von München zum Kloster Mallersdorf. Das Kloster Mallersdorf ist heute die Heimat der armen Franziskanerinnen der heiligen Familie. Und ich treffe jetzt hier gleich Schwester Doris und es ist eine der wenigen Bierbrauerinnen, die es noch gibt. Ja, ich gehe mal klingeln und schaue, was sie mir so erzählen kann. Grüß dich, Doris. Grüß dich, Schwester Doris. Hallo, ich bin Jeli. Das war jetzt 14 Hektoliter, also wir machen pro Sud 38 Hektoliter Bier. 14 Hektoliter, die sogenannte Vorderwürze, das ist das Wasser, das mit Malz gekocht wird. Und das ist das sogenannte erste Anschwänzen. Also da läuft jetzt, ist jetzt 10 Hektoliter Wasser drüber. Die müssen jetzt wieder durch die Treber durch, laufen hier durch. Wenn es trüb wäre, muss es zurücklaufen und läuft dann in den Kessel rein. Das ist jetzt die Würze, also nur der Zucker. Momentan läuft der zweite Sud, sogenannte Abläutern. Wie viele Flaschen Bier kann man daraus machen? Die Hektoliter hat zwei in der Schloss. Okay, also 278 Hektoliter. 2600 Flaschen, so ungefähr. Genau. Seit wann rausst du hier Bier? Ich habe 66 zum Lerner anfangt. 66? Genau, uralt. Siehst noch gar nicht so alt aus, macht Bier jung. Ja, schön. Bier macht schön. Jung und schön. Es gibt kein Getränk, das so nahrhaft ist wie das Bier. Bier macht schlank. Den Bierbauch gibt es nicht. Ach so. Bis man Bier trinken kann, dauert das sechs bis acht Wochen. Erstens eine Woche im Gellkeller, sechs Wochen im Lagerkeller. Und dann ist Bier ein verderbliches Nahrungsmittel. Hier leben 500 Schwestern und es gibt es jede Mahlzeit hier außer zum Frühstück. Circa 18 Prozent brauchen wir selber und der Rest wird verkauft. Jeder möchte ein gesundes Nahrungsmittel, das sollte aber möglichst drei Jahre haltbar sein. Nicht mehr irgendwo umfallen oder sich verändern. Aber dann ist halt im Bier auch nicht mehr viel drin. Ich behaupte, da kann ich auch Wasser bringen. Das wollen aber die Großbrauereien nicht hören. Wollen Sie es probieren wollen? Ja. Schmeckt wie Malzbonbon. Das ist ganz schön heiß. Das ist etwas heiß, ja. Heißes Bier. Na, heiße, würze. Bier ist erst in... Ja, schmeckt süß. Schmeckt eigentlich ganz lecker sogar. Seit 1623 wird in diesem Kloster Bier gebraut. Seit 1933 wird der Betrieb von einer Nonne geleitet. Und seit fast 50 Jahren hat Schwester Doris ihr Leben Gott und dem Bier verschrieben. Von ihr bekomme ich einen Crashkurs in Bierbrauen und erfahre, dass ihre Biere weitgehend naturbelassen und nicht pasteurisiert sind. Sind denn die Zutaten auch alle bio? Nein, ich halte nichts vom Bio. Du hältst nichts vom Bio? Warum? Ich stamme aus der Landwirtschaft. Ach so. Der Bauer kann sich bei uns nicht mehr leisten, mehr zu spritzen, als er unbedingt braucht. Ich würde sagen, die Sachen einfach aus der Nachbarschaft kaufen, wo ich sehe, was die machen. Okay. Das ist eine Gräbfrucht, Limonade, Cola Mix, dann die trübe Orangen, die klare Zitrone und Wasser. Wo kommt das Wasser her? Aus der Leitung. Ach so. Ja, ja, normal. Das ist mit dem Säuerling von Bad Winsheim versetzt. Das füllt ab und verkauft es weiter. Das machen die meisten. Das gibt nichts Besseres als das eigene Leitungswasser. Wir wollen zwar die Mineralbrunnen nicht unbedingt hören und dann noch möglichst ein gesundes Wasser in der billigen Plastikflasche abgefügt. Dann ist das ein absoluter Höhepunkt. Wer glaubt, dass Wasser gesund ist, braucht einen guten Glauben. Reines Wasser ist nicht gesund. Man müsste ein bisschen was reingeben, weil ja Wasser ausschönt. Ah, verstehe. Zucker ist ja gesund. Ja. Die Menge macht es. Ja. Also Bier und Zucker ist gesund und Wasser ist alles gut. Alles ist gesund. Die Menge macht es. Zum Wohl. Zum Wohl. Prost. Zum Wohl. Es schmeckt aber sehr gut. Sehr würzeln, ein bisschen herb auch. Biere, die lange haltbar sind. Die sind in der kurzen Zeit erhitzt. Es schmeckt sehr frisch. Wenn man durchscht hat, schmeckt auch das. So ganz Wasser. Bierbrauen ist ja eigentlich so eine Männerdomäne. Nein, stimmt nicht. Eigentlich ist Bierbrauen Frauensache. Und zwar, das hat zur Versorgung des Haushalts gehört, der Begriff oder der Reim. Heute backe ich, morgen braue ich. Morgen hole ich mit der Königin ein Kind. Das deutet darauf hin, dass die Hausfrau das Bier gemacht hat. Unsere jetzigen Kaffeekränzchen sind aus den Bierkränzchen entstanden. Ach wirklich? Wenn die Hausfrau Bier gebraut hat, hat sie die Nachbarinnen eingeladen zum Bier probieren. Ach, und dann haben sie da Bier getrunken und Kuchen gegessen oder Brotzeit eher? Vermutlich haben sie so viel getrunken, dass das irgendwann abgekommen ist. Auch daraufhin Brotzeit. Also, auf dass du noch lange brauen kannst, oder? Ja. Wenn Christus Bayer gewesen wäre, dann hätte er sicher Bier getrunken statt Wein. Kannst du nochmal? Ende. Doberes Bier trinken. Imponiert von den unorthodoxen Ansichten von Schwester Doris und gestärkt mit einem köstlichen Bier, mache ich mich wieder auf den Rückweg nach München, um einer anderen, lang bewährten Tradition der Münchner nachzugehen. Ich bin jetzt hier gleich beim Café Frischhut und mir wurde gesagt, dass man hier so das originalste, traditionellste Gebäck kaufen kann. Richtig schön heiß und fettig. Hallo, die Damen. Was kann man denn jetzt hier kaufen beim Café Frischhut? Was gibt es hier dann Spezielles? Ja, ich würde vorschlagen, die ausgezogene. Da sagt man auch noch Schmalznudel dazu. Richtiges Münchner, Schmalznudel oder ausgezogene. Ausgezogene. Das ist doch schön. Dann gehe ich jetzt mal da rein und bestellen wir mal ein paar ausgezogene. Euch doch viel Spaß. Mh, riecht nach wahnsinnig frischem Gebäck. Mh, toll. Dann treffe ich mich mit den modernsten Bierbrauern der jüngsten bayerischen Bierbrau-Geschichte. Hey. Hi. Ihr seid die Crew-Jungs? Ja. Hi. Hi. Ich bin die Eileen. Moin. Ja, bist du? Manuel. Die Jungs von Crew Republic wagen es, die Tradition des Bierbrauens auch in München zu modernisieren. Sie brauen ein Craft-Bier, das mit konventionellen Biersorten Bayerns nicht vergleichbar ist. Ja, dann lass uns doch mal anfangen mit deinem Lieblingsbier. Also mein Lieblingsbier ist in der Tat sogar das grüne, weil das ist auch gleichzeitig mein Geburtstagsbier. Ach so. Also immer wenn bei uns einer einen runden Geburtstag hat, dann bekommt er von den anderen Bier. Ja, ich hab halt zum Geburtstag ein Detox-Geschenk bekommen. Also wir sagen halt auch Rasenmäher-Bier zu. Also du kannst im Prinzip beim Rasenmähen da irgendwie fünf von trinken und mähst halt die Wiese immer noch gerade. Ach so, wie viel hat das? 3,4 Prozent. Okay. Aber es ist trotzdem so vom Hopfen her, ist halt der volle Geschmack. Aber wie gesagt, du kannst halt mehrere davon trinken. Wir versuchen halt immer uns für jedes Bier halt einen coolen Namen zu überlegen, der dazu passt. Und halt dazu dann das passende Symbol. Weil man auch auf dem Kronkorken ist und halt dann nochmal auf dem Heißigett. Ich finde, das schmeckt sehr besonders. Also irgendwie so ein bisschen kräftiger, obwohl es leichter ist. Ja, das kommt wahrscheinlich daher, dass wir, also wir benutzen viel mehr Hopfen zum einen. Und wir geben die nicht während des Kochens zu, was halt beim Bier halt die Bittere verursacht. Sondern wir geben den Hopfen auch, wenn das Bier fertig ist, hinzu in den Gärtank. Und dann gehen die ätherischen Öle nicht kaputt. Sondern diese ganzen Aromen, auch diese fruchtigen Aromen, gehen halt in das Bier über. Und das macht halt dann diesen besonderen Geschmack. Die Hunde haben auch immer schon Lust auf Bier. Süß. Das ist der Aktion. Kein Problem. Alles gut? Als nächstes auf meiner Münchner To-Do-Liste möchte ich mir eine weitere Tradition der bayerischen Trinkkultur anschauen. Die Boats. Boatsen sind bayerische traditionelle Würzhäuser, in denen viel getrunken wird. Guck mal. Hier kann man sich einfach Bier aus dem Brunnen rausnehmen. Auf die Riesel natürlich, liebe Freunde. Kennen Sie Bortzen? Bortzen? Bortzen sind richtig originelle Kneipen. München hat recht viele dieser originellen Kneipen. Aber eine wurde mir besonders ans Herz gelegt. Das Heilige Geist Stüberl und dessen Wirtin Bobbi. Hallo, Bobbi. Grüß dich. Ich bin die Aileen. Hi. Bobbi, servus. Schön, dich zu sehen. Du stehst dich immer so vorm Laden und begrüßt die Gäste? Ja, am Wochenende schon. Ja? An der normale Tür stehe, weil wir mal Gesichtskontrolle. Hübsche Frauen können ich immer brauche, weil ich auch viele Männer da habe. Und das Alter spielt auch keine Rolle. Wir haben junge und ältere Leute und die finden sich dann zusammen. Ja. Auch bis zum Heitag geht es bei mir. Bei der Scheidung bin ich dann auch gleich wieder mit dabei. Das ist ja ein Wahnsinn. Ein bayerischer Traum. So wie ich halt. Warum hängt hier so viel Zeug an der Decke? Weil mein Leben so ist. Ich kann nicht kochen, ich kann nicht singen. Ich gehe nur da rein und sage, das ist das Interessante an mir. Erzähl doch mal, was gibt es dann bei dir zu essen und zu trinken hier? Das hier ist ein Schweinebratchen. Das ist die Schweinshaxe mit Soße. Darum ist er ein großer. Verstehe. Und mit speziellen Gästen trinke ich immer mit Kuss. Eierlich, mit Küche, wenn man das so 40 Jahre getrunken hat. Und die Jugend hat Freude daran. Magst du probieren? Ja, natürlich. Das schmeckt gut. Dann trinke ich einen Schweinsbrauch. Ja, super. Okay, trinke auf bayerisch. Ich trinke auf bayerisch. Prost. Und unser Wolfi trinkt Schweinshaxe. Da brauchst du nicht neidisch werden. Es schmeckt schon. Hopi, du bist ein Schauer. Der Fahrerschüssel, der wichtigste Fahrer hier, der ist ja hier angestammt. Ach so? Ja, und da war der Bischof hier und der Bischof hat mir einen lauten Gesegnet. Da haben wir alles Gute gewünscht. Und der Bischof hat dann einen Enzian getrunken. Einen bayerischen Schnaps. Ich habe eine Woche nicht schlafen können. Ich war total ergriffen, weil das ist Wahnsinn. Ja, das ist aber auch echt schön. Dann trinken wir einen bayerischen. Dann trinken wir jetzt einen bayerischen und dann... Einen Willi. Ui. Also auf den Bischof. Ui. Prost. An dem Verkauf habe ich aber schon 40 Jahre, die Firma Städtner. Mein Gott, wie kriege ich das hin? Ui. Du musst es nicht kriegen. Es reicht nicht, dass du uns hier noch wegflüpfst. So ist der Stab. Dann werde ich von der kleinen Bobby und ihrer unglaublich großen Energie angesteckt. Was für ein besonderer Ort. Die Zeit scheint hier irgendwie einfach stehen geblieben zu sein. Die Stammkunden erzählen mir Geschichten aus alten Zeiten, zeigen mir etliche Fotos und ich werde überwältigt von einem Schwall an Erlebnissen, die die Kneipe hinter sich hat. Die Bobby wollte gar nicht mehr aufhören zu reden. Es ist unfassbar, was da drin los war. Also allein schon die Idee, die Schnäpse nach Speisen zu benennen, das ist grandios. Und auch Eierlikör mit Kirschlikör zu mischen, das ist natürlich auch echt... Also es schmeckt wie Alkohol-Dessert. Dessert-Alkohol. Und es ist jetzt so mittags, ich habe schon wieder so leicht an Sitzen. Das ist hier, glaube ich, ganz normal in Bayern einfach dringend. Ganz München scheint sich mit mir im Rausch zu befinden. Grenzen wie Uhrzeiten und Altersbeschränkungen sind nicht ersichtlich. Und mein Besuch im Johannescafé ist ein weiterer Beweis für diese schöne Tradition. Wenn man sich hier mal umschaut, sieht man wahnsinnig viele verschiedene Menschen, junge Studenten. Hier hat sich in den letzten 50 Jahren wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel verändert. Die Atmosphäre hier ist einfach großartig. Und da kommt auch schon der Olaf. Hallo Olaf, schön dich zu sehen. Was war ich das eigentlich? Setzt dich doch zu mir. Erzähl doch mal ein bisschen was zur Einrichtung. Also man sieht die Fototapete. Die Einrichtung ist sehr einfach und es ist nichts gemacht, sondern es ist etwas Gewachsenes. Es gibt es seit 1924, das Café. Und seit 1955 so, wie es jetzt ist. Mal neue Stühle, mal die Bänke neu beziehen mit Leder. Aber geändert wird hier drin nichts. Also ich renoviere auch nicht mehr. Hausmannskost, sage ich mal dazu, vom Toast Hawaii. So ein Klassiker, den es eigentlich nirgends wo mehr gibt. Zum Schnitzel. Schinkennudeln ist der Ränder, da kommen sie extra her. Und sagen, das sind Münchens beste Schinken-Nudeln gibt es im Johannescafe. Und hast du die Speisekarte so übernommen oder hast du die selbst nochmal neu geschrieben? Nein, die haben wir neu gemacht, vor 23 Jahren. Und das ist auch schon seit 23 Jahren die gleiche Speisekarte? Also wir haben nur eine Karte. Ach, ihr habt nur eine Karte? Es gibt nur eine Karte für das Café. Und die hast du selbst geschrieben oder hat die Susi geschrieben? Die hat meine Frau geschrieben. Ach, die hat deine Frau geschrieben. Das ist ja auch schön. Sag mal, gibt es dann bei dir auch ordentliche Schnäpse auf der Karte? Also bei mir gibt es alle Shots der Welt. Was ist dein Lieblings-Schnaps? Ein Nuss-Schnaps. Ein Nuss-Schnaps? Ja. Sollen wir mal rüber gehen an die Bar und du machst mir mal Nuss-Schnaps? Dann machen wir das. Sehr schön. Jetzt probier erst mal diesen. Also es gibt eigentlich alles. Von Kräuter, Obstbrände, Kognak, Weinbrände. Wow. Und der ist doch lecker, oder? Der schmeckt wie so ein Nusskuchen. Ja? Ja, genau. Wie Herr Nutter schmeckt es. Wirklich. Boah, der ist echt gut. Da habe ich einen Allgäuer Spezial-Schnaps. Der wird mit Chili aufgesetzt. Heißt Esserer Luft. Und der ist sehr scharf. Willst du den probieren? Ich will den probieren jetzt. Na gut. Na klar, ich probiere hier alles. Aber nur einen ganz kleinen Schluck. Das ist wurscht, wie viel man davon trinkt, meinst du? Ist wirklich so. Wenn ich jetzt gleich Feuer speilen muss, dann muss er werden. Du musst das gut. Wir können es ja gerne noch ein bisschen da bleiben. Das ist gar nicht so schlimm, gell? Er kommt. Er kommt. Ich glaube, ich brauche ein bisschen Milch. Bring mal eine Scheibe Brot dann weg. Oh mein Gott. Die Esserer Luft knallt durch meinen Organismus und brennt alles weg, was damit in Berührung kommt. So, es war echt toll hier beim Olaf. Ich ziehe jetzt mal weiter. Mal schauen, was der Abend noch so bringt. Zum Beispiel eine Wurstkuche. Hallo. Hallo. Du bist der Wirt? Ich bin der Wirt, ja. Hallo, wer bist du denn? Ich bin der Winnie. Der Winnie? Ich bin die Eileen. Eileen, grüß dich. Wir sind jetzt hier im Wurstkuchel. Ja. Erzähl mal schnell, wie kamst du dem Namen? Weil ich vor 19 Jahren mit 20 Sorten Würste angefangen habe. Wir verkaufen viel Essen. Was noch außer Wurst? Ich verkaufe jetzt immer mehr Pudenschnitzel wie früher, weil die meisten glauben, Pudenschnitzel hat weniger Fett. Weil die Pudenschnitzel mehr Fett wie Schwenny. Wirklich? Ja. Ist das so? Ja. Es sind bloß ein paar Prozent mehr, aber die meisten glauben weniger. Was trinkst du denn hier, wenn du hier bist? Oder trinkst du gar nichts? Ich trinke jeden Tag 20 Hafer Kaffee und jeden Tag einen Liter Cola. Ich lebe gesund. Christoph, gib dir deine mir unseren besten Schnaps. Was ist denn der beste Schnaps? Ein Haus-Schnaps. Briege die Flasche vor, weil da steht auch Haus-Schnapstrop. Ach so. Wir verraten dir nichts. Schenk mir auch eine ein, bitte. Da steht Haus-Schnapstrop. Ach so. Könntest du das überhaupt schließen? Ist das bayerisch schön? Ja, ich kann das. Das ist, ja, klar, natürlich. Ja, so natürlich ist das nicht wirklich frei. Prost. Du sagst, dann ist recht. Ja, ich, ja. Komm, gib noch eine drauf. Nein, 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 warte. Und was ist das für Schnaps? Was Fruchtiges. Ich glaube, Marille. Sehr gut, sehr gut. Gib mir eine drauf. Puh, ich glaube, ja. Ja, so, in einem Moment. So, wie ist das? Die hat nur 38%. Wo kriegst du noch 38%? Nur 38%? Genau. Du kriegst auf der Bank 38% nur in der Wurstkoche. Dann trinke ich immer noch ein bisschen Schnarillen-Babs, oder? Hat mich sehr gefreut. Also, mach's gut. Schönes Pusse. Ciao, ciao. Jo. Nach dieser Begegnung der dritten und sehr typischen Art treffe ich mich mit meinem Freund Mixon, der mich zum Abschluss des Abends ins Robinson lotst. Ehemals Borzen, heute einfach nur ein schöner Ort, um meine Eindrücke des Tages bei einem ordentlichen Longdrink-Revue passieren zu lassen. Ich bin jetzt hier auf der Ilker Höhe angekommen und treffe Caroline, die schon seit ihrer Kindheit Wildkräuter sammelt. Und was wir wirklich auf jeder Wiese finden, ist das Spitzwegericht. Wir stehen mitten im Salat. Wir stehen mitten im Salat. Mh, schmeckt wie Bubblegum. Prost. Prost. Wow, das ist aber ein großer. Was ist das für einer? Ein Karten. Ein Karten? Wow. Wenn es so weit ist, dann wird er abgewürgst und dann wird er gegessen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Je PRIเฉ Jelly Gonna